Hallo Freunde, willkommen zum neuen Video. Heute machen wir ein Review oder besser gesagt ein Vergleich. Was hat sich bei Taschenlampen in den letzten sagen wir mal 40 Jahren so getan? Wenn es euch interessiert bleibt dran. Bis gleich. So, hallo Freunde, ich habe ja gesagt wir machen hier einen Vergleich, ein Review oder wie ihr das auch immer nennen möchtet von Taschenlampen und zwar was hat sich denn eigentlich so in den letzten 40 Jahren getan? Wir haben zum einen, die stehen hier drüben. Verschiedene Maglites, ich bin ja schon immer so ein ziemlicher Taschenlampenfreak und die Maglite, die ersten, die kamen 1979 auf dem Markt und wurden eigentlich sehr lange unverändert gebaut. Ich glaube die Lampen, die hier stehen, die habe ich irgendwann so mal Mitte der 90er Jahre gekauft und seitdem habe ich die. Gut, die in der Mitte, die ist ein bisschen neuer, die ist so von, naja ich sag 2010, also hat auch schon ihre zehn Jahre auf dem Buckeln, aber sie war selbst zu dem Zeitpunkt nicht mehr up-to-date. Das Ganze vergleichen wir heute mit einer Lampe, die viel kleiner ist. Das ist das gute Stückchen hier. Das ist eine Sofian SP 33 V 3.0. Ich blende euch hier oben jetzt auch Werbung ein, weil diese Lampe wurde mir von der Firma Sofian verantwortlicherweise zur Verfügung gestellt. Im Anschluss gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Ich verrate auch noch gar nicht was, aber vielleicht kann sich der eine oder andere denken, was man hier gewinnen kann. Auf jeden Fall mit dieser Lampe. Die Lampe ist ein ganzes Stückchen kleiner als so eine Maglite, aber ich denke mal, das macht es deutlich, was sich da so getan hat. Ja, und wenn wir mit diesen Maglites anfangen, dann sieht man ja hier verschiedene Größen. Das hier ist eine 2-Zellen-Maglite, hier eine mit 4 Zellen und hier sogar die ganz große 6-Zellen-Maglite, wobei es gab zeitweise sogar mal eine mit 7 Zellen, aber die gab es wohl nicht so lange. Also das ist, sage ich mal so, das größte, was man so handelsüblich vom Maglite bekommen konnte. Diese Maglites werden bestückt mit D-Zellen, deswegen 6-D-Cell, 4-D-Cell, 2-D-Cell, also die Größe von den Lampen. Das sind diese Oschis und da fing schon das erste Problem an. Versucht mal diese Akkus zu bekommen. Ich war heute in 5 verschiedenen Läden oder es sind ja keine Akkus, es sind ja wirklich Batterien, in 5 verschiedenen Läden, um diese Batterien zu kaufen. Und einen Laden hat sie dann am Ende tatsächlich gehabt, also die sind absolut nicht mehr üblich. Und der Pack von diesen 6 Batterien, allein der hat mich schon 18 Euro gekostet. Nur die Batterien. Naja. Weiter noch zu den technischen Daten von diesen Lampen. Ich sage mal hier die große, das größte Vieh, was wir hier haben, die hat, ich glaube die ist angegeben mit ungefähr, haltet euch fest, 150 Lumen. Mehr ist es nicht. Das ist also für heute vergleichsweise wenig. Dann haben wir hier diese 4 Zellen Maglite. Die hat eine kleine Besonderheit. Maglite hat auch mal eine Zeit lang hier vorne so eine wechselbare LED drin gehabt. Die ist ein bisschen heller. Lasst die Lampe hier mal 250 oder 300 Lumen haben. Viel mehr ist es nicht. Und dann haben wir noch die 2 Zellen. Ich weiß nicht, was wird die haben. 100, 120 Lumen. Ich weiß es nicht. Und wir haben hier die Sofian. Ich habe sie ja immer noch nicht ausgepackt. Kommt gleich. 3500 Lumen. Das ist natürlich gemessen an heutigen Maßstäben. Es gibt mittlerweile die stärkste Taschenlampe, die man im Moment so bekommen hat. Das hat, glaube ich, 100.000 Lumen. Aber gemessen daran sind diese 3500 Lumen, wenn man das einfach mal so hier nebeneinander hält, schon gigantisch. Und da sieht man mal, was sich so getan hat. Ich würde sagen, wir schauen uns die ganzen Sachen hier im Detail mal ein bisschen an. Jetzt nochmal im Schnelldurchlauf zu den Akkus, die man hier benötigt für die Maglite. Hier D-Zellen. Sechs Stück. So. Hier haben wir die Waage. Sechs D-Zellen wiegen. 850 Gramm plus Maglite dazu. Bumm. 1444 Gramm. Knapp anderthalb Kilo Masse für 150 Lumen Leuchtkraft. Tolle Sache. Vor 40 Jahren vielleicht mal ganz toll. Heute nicht mal so ganz zeitgemäß. Kommen wir gleich zu Sofian. So. Sofian. Sp333 V3. Ist erstmal ein relativ neutraler Karton. Gut, hier steht drauf, ein chinesisches Produkt, wie die allermeisten LED-Lampen, die man heute kaufen kann. Hier auf dem Karton steht noch nicht mal, was für eine Lampe drin ist. Aber es ist ein SP33 V3. Machen wir den Karton mal auf. Schauen wir mal, was drin ist. So. Hier habt ihr die Lampe. Das ist hier alles relativ fest drin. So. Die eigentliche Lampe. Dazu kommt dann noch hier ein USB-Ladekabel. Diese Lampe ist hier, also unter dieser Abdeckung, mit einer USB-C-Buchse zu laden. Also das heißt, mit Powerbank, Handyladegerät etc. könnt ihr diese Lampe aufladen. Finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Und die Lampe ist sogar wasserdicht. Man muss nur immer darauf achten, dass hier dieses Gummi richtig reingedrückt wird. Das ist manchmal so ein bisschen fummelig. So, jetzt ist es drin. Und jetzt sollte diese Lampe auch wasserdicht sein, gegen untertauchen. Ladekabel. Hier habt ihr noch ein Adapterröhrchen, für was das gut ist. Kommen wir gleich dazu. Noch was hier drin. Ja. So. Hier ist noch ein Lanyard. Eine Schnur. Die kann man hier hinten dran machen, wenn man das möchte. Um halt mit seiner Lampe, ja, um die sich ums Handgelenk zu binden oder wie auch immer, dass man sie nicht so leicht verliert. Und hier ist eine Anleitung in allen möglichen Sprachen, auch auf Deutsch. Und, ja, eigentlich ziemlich verständlich geschrieben. In dieser Lampe drin ist, ich habe sie jetzt schon mal aufgeladen, im Auslieferungszustand ein Akku drin. 26, 26, 650, 5500 mAh ist er angegeben. Ich habe es getestet. Die erreicht er nicht ganz. Aber er ist noch nicht weit weg. Ich glaube um die 5300 mAh hat er und da habt ihr also schon mal ordentlich Power hier drin und da kann man lang leuchten. Die ganze Verarbeitung von der Lampe ist ziemlich sauber gemacht. Ihr habt hier sauber geschnittene Gewindegänge, Ohrringe gegen die Wasserabdichtung. Hier oben habt ihr den Schalter. Aber, ja, wertig gemachtes Ding. Ich hatte die jetzt schon ein paar Tage im Test. Wir werden die jetzt auch gleich draußen testen. Und dann schaut ihr euch das mal am besten selbst an, im Vergleich zu so einer Maglite. Dieses Röhrchen kann man dann nehmen, wenn man, man sieht das hier drin, hier sind so Abstandshalterkerben, wenn man 18,650er Akkus, das sind ja so mittlerweile sehr verbreitete Lithium-Ionen-Akkus, verwenden möchte. Und da kann man mit diesem Adapterröhrchen selbstverständlich auch so einen 18,650er Akku hier drin nehmen und dann geht das auch prima. Steckt da dann hier rein und dann 18,650er rein und dann geht es weiter. Und jetzt nur nochmal zum Vergleich, was wir vorhin auch hatten mit der Waage. Ihr erinnert euch, die Maglite inklusive Akku knapp anderthalb Kilo. Diesellampe wiegt der Akku nur 93 Gramm. Die Lampe dazu, seid ihr bei 231 Gramm. Also irgendwo ein ganzes Stückchen weniger. Weniger als zwei von den Batterien, die in den Maglite reinkommen, wo ihr für die Maglite sechs Stück von braucht. Also, so. Und wie sich das Ganze mit der Leuchtkraft verhält, das schauen wir uns nachher draußen im Dunkeln an. So Freunde, wie versprochen jetzt der Außentest. Wir haben uns hier ein bisschen was überlegt, um mal wirklich so ein paar praxisgerechte Werte rauszufinden. Zum einen haben wir hier hinten ein Messrad. Wir haben alle 50 Meter zur Orientierung, haben wir uns hier markiert, dass man mal sieht, wie weit kommt man eigentlich mit der Leuchte. Und wir testen jetzt hier zuerst mal die Maglite. Und zwar haben wir hier die dicke 6-Zellen-Maglite mit einer Halogenbirne drin. Und danach dann noch die 4-Zellen-Maglite mit einer LED drin. Dazu, wie vorhin gesehen, ganz frische Batterien. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Test von der 6-Zellen-Maglite. So, okay. Man sieht auf jeden Fall, die ist ein ganzes Stückchen heller. Wie gesagt, diese Lampe, die kam irgendwo, ja, 2005, 2010, irgendetwas auf dem Markt. Also auch schon 15 Jahre her. Ja, also man kann es noch ganz gut sehen, was da hinten ist. Man kann die Lampe hier auch schön fokussieren. So, das sind jetzt 50 Meter. Okay. Ja, so, also die 50 Meter, die kann man wirklich noch gut sehen. Hier drüben ist die Tafel. Ja. Ja, das ist also mit bloßem Auge wirklich noch gut sichtbar. Aber die Lampe ist jetzt halt auch voll fokussiert, ne? Also da ist nichts mit flächiger Ausleuchtung mehr. So, das da hinten sind jetzt 100 Meter. Also ich kann es auf jeden Fall von hier noch gut sehen. So, also jetzt wieder unser Spiel hier, diesmal mit der Sofium. Wir haben so diesmal direkt auf Full Power. Ja, also man sieht schon das Licht, ne? Das ist also ein ganzes Stückchen mehr. Das schlägt also die MacLight deutlich. Aber man sieht hier halt auch deutlich diesen, diesen Sprung, selbst von der LED-MacLight, was dieses Ding, ja, was, was, was diese ganze neue Technik so in den letzten Jahren gemacht hat, ne? So, das sind 50 Meter jetzt. Also ganz locker zu sehen. Ganz, ganz locker zu sehen. Das ist ja wirklich hier voll ausgeleuchtet. Das ist ja Wahnsinn. Ja, man sieht auch ganz gut diese Tafel da hinten. Also das sind jetzt wirklich 100 Meter. Da ist auch noch richtig gut was zu erkennen. So, 150 Meter. Auch noch sehr gut zu erkennen. So, das sind jetzt 200 Meter. Das ist auch noch zu erkennen. Ja, danach geht vielleicht noch ein bisschen was. Ich glaube, die Lampe hier ist mit 283 Meter angegeben. Da muss man schon genau hingucken, wenn man dann noch was sehen wollte. Aber ich sage mal, auf 200 Meter könnte er wirklich gut gucken mit dem Ding. Also, wenn man hier jetzt mal schaut, also die, die ganze, die ganze Ausleuchtung hier, ne? Das ist also wirklich schon, da liegen Welten dazwischen, ne? Da liegen wirklich Welten dazwischen. Was hier ist, ich kann jetzt auch noch mal gucken. Diese Lampe hat hier, das ist relativ gut gemacht, so ein stufenloses Ramping. Achtung. Sie wird halt mit der Zeit, na, eben habe ich sie, hat sie wieder hochgeschaltet. Sie wird halt heiß, also sie hält das nicht die ganze Zeit. So, da könnt ihr gucken hier, ne? Da kann ich stufenlose runterfahren und auch wieder hochfahren. Und da. Wieder hoch. Ja, die wird schon gut warm mit der Zeit, die Lampe, aber man sieht es wirklich. Und es ist ein ganz kleines Ding. Ja. Coole Sache. Und ihr könnt das Ding immer wieder aufladen per USB-C. Bei so einer Mac Light muss ich mir teure Batterien kaufen. Einsatzbatterien 18 Euro. Peng. Das war unser Praxistest draußen. Ich glaube, man hat den Unterschied gesehen. Dieses kleine Lämpchen schlägt die beiden hier um Längen. Wobei, diese Lampe hier kam zuerst 1979 tatsächlich auf die Welt. Diese Lampe hier, ich glaube 2005. Und die hier ist eine ganz aktuelle Entwicklung aus 2020. Nicht State of the Art. Es gibt wirklich hellere Lampen in diesem Format. Aber das ist halt gleich mal ein guter Durchschnitt. Und ja. Von so einer großen Mac Light hier. Ich würde mal sagen, so. Leuchtet. Ist aber hauptsächlich als Schlagzeugstock zu gebrauchen. Ich weiß es nicht. Die hier leuchtet schon etwas besser. Aber naja. Aber hier. Habt ihr wirklich fast in die Hand. Fast in die Faust. Und habt ihr richtig Licht unterwegs dabei. So. Ihr habt jetzt ja mal im Außentest gesehen, was 40 Jahre Entwicklung ausmachen. Natürlich ist diese Sofian nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt weitaus hellere Lampen, auch in dieser Größe. Aber ich finde, es ist mal ein guter Vergleich. Zumal der Preis, wenn ihr diese Lampe kauft, der ist wirklich gut. Wenn ihr das alles mal testen wollt. Ich habe euch am Anfang ja gesagt, es gibt was zu gewinnen. Denn hier gibt es noch so eine Lampe zu gewinnen. Die ist original verpackt. Wert in etwa 60 Euro. Die könnt ihr hier gewinnen. Was ihr dafür tun müsst. Abonniert diesen Kanal. Schreibt einen Kommentar darunter, wie ihr diese Lampe einsetzen würdet, wenn ihr sie denn haben wollt. Auslosung findet eine Woche statt, nachdem dieses Video hier gepostet wurde. Der Rechtsweg ist selbstverständlich ausgeschlossen. Und es besteht auch kein Anspruch auf weitere Auszahlungen der Gewinne, wie auch immer. Aber kommentieren, abonnieren, gewinnen. Viel Spaß. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Kommentiert, besonders wenn ihr die Lampe gewinnen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.